Es war schon ein intensiver Tag gestern mit fünf Stunden hin, fünf Stunden zurück und dann in der Nacht hier im Hotel gewesen. Wir konnten heute gut ausschlafen und alles war schon super organisiert auch. Für uns war es trotz einem anstrengenden Tag schon die bessere Variante, als wenn man das über zwei oder drei Tage sogar verteilen muss. Deshalb versuchen wir jetzt Kräfte zu sammeln und dann am Sonntag wieder Vollgas ins Spiel reingehen zu können. Wir werden mal schauen, wer bei den nächsten dabei ist, ist glaube ich noch nicht ganz so klar. Pat Reil hat zumindest zu uns in der Mannschaft gesagt, dass er nur das erste Spiel spielt und er ist schon der wichtigste Spieler für die. Für die geht es nach der Niederlage nicht mehr um so viel als ums Prestige, aber natürlich gegen Deutschland möchte jeder so gut mithalten, wie er kann und für uns geht es darum, individuell sich jeder noch mal zeigen kann und dass wir einen guten Abschluss eigentlich auch der Quali haben. Ich habe hier 2009 mein erstes Länderspiel gegen Weißrussland gemacht und ist auch nicht so weit weg von mir zuhause, deshalb habe ich immer gute Erinnerungen hier an den Spielort. dann